Herzlich Willkommen! In diesem Lehrvideo erfahren Sie in unter 5 Minuten, was es mit Verordnungen und Richtlinien im Rahmen des Europarechts auf sich hat, wie Sie zustande kommen und worin Sie sich unterscheiden. Eine Besonderheit der Europäischen Union ist, dass sie auf dem Prinzip der Supranationalität basiert. Das heißt, die Mitgliedstaaten übertragen der EU nationale Hoheitsrechte, sodass die EU in der Lage ist, Gesetze zu erlassen, die für alle Mitglieder gelten. Schauen wir uns einmal an, wie so ein Gesetzgebungsverfahren grob abläuft. Am Gesetzgebungsverfahren sind die Europäische Kommission, das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union beteiligt. Die Vorschläge für Gesetze werden von der Europäischen Kommission erarbeitet. Sie hat das Initiativrecht und leitet damit das Gesetzgebungsverfahren ein. Der Rat und das Parlament, ebenso wie Bürgerinitiativen, können die Kommission aber auch zu solchen Initiativen auffordern. Der Gesetzesentwurf wird dann dem Europäischen Parlament und dem Rat der EU vorgelegt und in sogenannten Lesungen bearbeitet. Im Europäischen Parlament beraten die Abgeordneten über den Entwurf und können Änderungsvorschläge machen. Die neue Version des Entwurfs wird anschließend an den Rat geschickt, der sich dann ebenfalls darüber berät. Nimmt der Rat die Version an, ist das Gesetz beschlossen. Hat er Änderungswünsche, erfolgt eine zweite Lesung im Europäischen Parlament, das den geänderten Gesetzesentwurf annehmen, ablehnen oder auch ändern kann. Bei Änderungen durch das Europäische Parlament folgt eine zweite Lesung im Rat der EU. Hat auch dieser noch Änderungswünsche, wird ein Vermittlungsausschuss eingesetzt, der zur Hälfte aus Ratsmitgliedern und zur Hälfte aus Parlamentsmitgliedern besteht. Erfolgt im Ausschuss keine Einigung, ist das Verfahren vorbei und der Gesetzesentwurf ist gescheitert. Gibt es einen gemeinsamen Vorschlag, geht dieser für eine dritte Lesung wieder an Parlament und Rat. In dieser dritten Lesung bestehen nur noch die beiden Optionen annehmen oder ablehnen. Spätestens hier endet also das Gesetzgebungsverfahren. Es gibt derzeit zwei Arten von EU-Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien. Gucken wir uns diese etwas genauer an. Verordnungen gelten unmittelbar in jedem Mitgliedstaat der EU und sind in allen Teilen verbindlich. Es bedarf keiner Umsetzung in nationales Recht, vielmehr ersetzen Verordnungen nationales Recht. Viele der bisher erlassenen Verordnungen dienen dem Verbraucherschutz. So regeln sie beispielsweise den Import von Waren, die Angaben auf Etiketten oder setzen Vorschriften für die ökologische Landwirtschaft. Mitunter wirken manche Verordnungen etwas kurios. Bis 2009 gab es beispielsweise die sogenannte Gurkenverordnung, die für Gurken der Güteklasse, Extra und Eins vorschrieb, dass sie praktisch gerade und gut geformt sein müssen und eine maximale Krümmung von 10 mm auf 10 cm Länge aufweisen dürfen. Kritiker sahen mit dieser und ähnlichen Verordnungen den Bürokratiewahn und die Regelungswut der EU bestätigt. Landwirte und Händler hingegen begrüßten die Verordnung, da sie eine einheitliche Qualität sicherstellte und auch das Verpacken und den Transport der Gurke vereinfachte. Darum halten sie sich bis heute, auch ohne Verordnung, an diese Vorgaben. Im Gegensatz zu Verordnungen sind Richtlinien nicht unmittelbar gültig, sondern müssen von den Mitgliedstaaten innerhalb einer festgesetzten Frist in nationales Recht umgesetzt werden. Das in der Richtlinie festgelegte Ziel ist für die Mitgliedstaaten verbindlich. Die Wahl der Mittel zur Erreichung des Ziels bleibt ihnen allerdings selbst überlassen. Die nationalen Gesetzgeber erlassen also eigene Gesetze, damit die Richtlinie im jeweiligen Land Wirkung entfalten kann. So wird auf nationale Gegebenheiten Rücksicht genommen und dennoch ein gemeinsames Ziel erreicht. Ein Beispiel für eine Richtlinie ist die Produkthaftungsrichtlinie, welche die Haftung für fehlerhafte Produkte regelt. Vor Umsetzung der Richtlinie zogen die Unterschiede bei der Produkthaftung in den einzelnen Mitgliedstaaten eine Wettbewerbsverzerrung und einen ungleichen Schutz der Verbraucher nach sich. In Deutschland wurde die Richtlinie mit dem Produkthaftungsgesetz umgesetzt. Fassen wir noch einmal kurz zusammen. Verordnungen gelten in allen Mitgliedstaaten gleich und treten zum angegebenen Datum in Kraft. Richtlinien hingegen geben den Mitgliedstaaten Ziele vor und eine Frist, bis wann sie diese Ziele zum Beispiel durch Anpassung nationaler Gesetze erreicht haben müssen. So viel erst einmal zu Verordnungen und Richtlinien im Europarecht. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg im Studium und auch beruflich alles gut.